In der Wüste wollte ich sagen. Oder kann das sein, dass das vorher so war? Ich bin mir halt echt nicht sicher. So ein Enter-Haken wäre halt super, ne? Ich habe hier noch so ein paar Holz-Klappen. Die kann ich eh... Aber manchmal bin ich echt überfragt, ne? So. Aber hier ist nichts weiter, ne? Da oben wären vielleicht noch was. Könnte man vielleicht nur so noch hochgehen? Ja. Das heißt ja nie, dass was da ist, ne? Da drinnen war auch so ein kleiner Gang. Das scheint auch nichts Besonderes drin zu sein. Äh... Das ist so ein bisschen nervig an Terraria. Weil wenn man nicht alles manchmal ausleuchtet... Ähm... Kann auch sein, dass man dann was verpasst. Das ist da drüben neuer Maler Stein zum Beispiel. Ich sehe das nämlich manchmal nicht. Ich bin da ein bisschen blind auf den Augen. Deswegen werde ich auch öfter mal zu solchen Sachen hinbuddeln. Weil ich finde jetzt zum Beispiel, es sieht nicht aus wie normaler Stein. Ist ja ein normaler Stein. Ähm, ja. Dann sah es doch aus wie normaler Stein. Ähm... Ich habe da so ein bisschen das Problem. Manchmal kenne ich das echt nicht. Eigentlich hätte ich ja auch erstmal in die andere Richtung noch weitergekommen. Da wäre ich ja definitiv weiter... Ah, hier geht es auch weiter. Jedenfalls ist hier eine Urne in der Wand. Oder eine Wase. Geht aber auch. Pfeile. Hm... Hier das Kupfer. Oder eine Wase. Und dann haben wir uns noch mal zu den Kupfer. Ach... Dumme Maus. Ich brauche ne neue Maus. Ähm... Was habt ihr denn für ne Computermaus? Ähm... Schreibt die doch einfach mal in die Kommentare vielleicht. Jetzt bräuchte ich nämlich ne neue. Weiß nicht was für eine. Ist das jetzt auch normaler Stein? Das ist auch normaler. Und der hier unten? Auch. So. Wo gibt's hier normalen Stein? Ich will keinen normalen Stein. Ich will irgendeinen Special... Super-Stein. Keine Ahnung. Wenigstens ist nicht so wasserüberflutet, ne? Ich hatte sonst wo ich gespielt habe immer so wasser... extreme Wasserstellen. Das hat ein bisschen genervt. Ich bin die schnellere Spitzhacke. Ich kotze mich grad schon ein bisschen an. In dem anderen hab ich... aus Premium-LED, glaube ich, oder so. Hier ist also schnell. Da kommst du gar nicht hinterher. Naja. Das drüben ist Wasser. So. Ich kropp mich jetzt zu dem Wasser hin. Oh. Das ist auch schon Wasser. Ist ja... äh... Ja. Unter. Ui. Okay. Oder sind... äh... Smarakter? Ist das grad richtig? Ja. Der anderen Seite vielleicht auch? Ja. Die Kupfer voll viel. Ich will jetzt mal Rakte haben. Da ist noch... ... LED-Ohr bestimmt. Ja. Ich glaub, LED ist dasselbe wie Eisen, glaub ich. Weil... im Sägewerk steht das, glaub ich, dabei. neul ist, hab ich das eine Mal gesehen. Ähm... Eisen oder LED-Ohr. Das sich meiner Meinung nach ziemlich verwirrend anhört. Aber es scheint halt im Grunde echt dasselbe zu sein. Ja. Boah. Supersamt. Ist da oben noch was? Nee. Okay. Dann gehen wir hier mal weiter. Was ist das? Ich find nix besonderes gewesen zu sein. Und da geht's runter. Wollen wir wenigstens erstmal das weghauen. Ich würd schon mal erst mal ein bisschen Erze sammeln. Was muss ich so das Wichtigste kaufen? Ja, wir kaufen uns das Wichtigste. Nein. Ähm. Wichtige Sachen, die ich craften kann. Eine bessere Spitzhacke und so in die Richtung. Ich weiß, es gibt noch vier bessere Sachen. Ups. Ja. Ähm. Soviel zu dem... Ich will erstmal oben bleiben. So. Ja. Und jetzt will ich mir hier so einen linken Raum. Ohne Enterhaken oder Rüppelsprung ist es echt nervig. Ich hab' schon fast wieder vergessen. Hm. Oh, ich komm' nach oben. Das dürfte Silberlärz sein. Ja. Ist glaub' ich auch nicht so schlecht, oder? Ich weiß es nicht. Ohne, ich kann mal theoretisch schon nach unten gehen. Ja. Hm. Hm. Sieht nicht so aus als... ...wär hier noch was besonderes. Ohne vielleicht noch. Ich würd mal gerne schauen. So. So. Irgendwas... ...cooles. ... 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 Links. Und noch ein Herz. Wow, und noch eins? Wie geil! Was bin ich denn für ein Lacker? Okay. Was habe ich für eine Weltgröße ausgewählt? Ich habe doch immer... Der drauf, der drauf, der drauf. Was ist das alles? Guck mal, da ist eine Krierung. Ne, das ist ein Geier, ne? Okay. Wir sind dann eigentlich schon wieder an der Oberfläche, oder? Was dauert noch einen Moment? Komm her. Arschloch. Der hatte irgendwas dabei, oder? Irgendwas blau gelingtens. Smaragd, ne. Ich glaube, manche Sachen bilde ich mir auch einfach nur ein. Naja. Egal, ähm, Kupfer nehme ich immer noch mit. Zwar auch nicht so viel mitnehmen. Ich weiß gar nicht, was ich von den ganzen Kupfern haben soll. Ein Tut, ein Tu. Ich habe es euch ja irgendwie nicht mit inreden. Bestimmt, weil ich so viel Pokémon gespielt habe. Das ist halt etwas vorbei, ne? Pokémon. Also, wenn ihr es noch nicht habt, kauft es euch. Schickt mir euren Freundescode. Mir egal wie. Per PN ist mir sowas von egal. Ich bin so hart am Pokémon suchten. Glaubt gesehen, in meinem Pokédex habe ich... Ich weiß gar nicht, wie viele Pokémon ich schon... Fast 200, ne? Glaub ich. So. So. Das... Das ist super. Ähm... Guck mal, sich nämlich hier... Heimbuddeln. Luft schnappen. Jo, ne? Ich stehe irgendwie so hoch. Ich kann aber nicht draußen. Oh, nein, nein, nein. Ich will eigentlich... Hey, ihr geht näher. Okay, dann machen wir es anders. Wurm. Boah, du blöder Spinn, wie viel. Komm, ja. Geh doch. So. So. Weil, dass die Schleims nicht da reinkommen, ne? Weil sie zu dumm sind. So. Und das nehme ich so. Ah. Ja. Genau, also kauft euch Pokémon. Es ist echt schön gestaltet und schön gemacht. Boah, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Nein. Wer es nicht gespielt hat, das ist so... Echt so schön gemacht diesmal. Ich... Äh, ich... Ich komme da drauf gar nicht klar teilweise. So viel Arbeit haben die sich da reingesteckt. Ach, habe ich keine Flaggern-Dinger mehr? Doch. Also die haben... So viel... Details. Und es lohnt sich echt, in jedes Haus reinzugehen. Weil du echt überall ein bisschen was bekommst. Das ist, ähm... Echt unglaublich. So viele Items bombardiert worden, weil ich halt einfach nur in jedes Haus gucke. Ich habe es jetzt... Ähm... Ich glaube 27 Stunden gespielt. Und ich habe den fünften Orden, glaube ich. Fünften oder sechsten. Aber nur, weil ich jetzt gegen Ende... Also vorher ist es so viel Story, was du erledigen musst. Das ist echt... Wow. So viel Silbererz hier. So, ich mache mal... Ähm... So. Also ich rede in Terraria über Pokémon. Das ist, ähm... Naja. Egal. Ich will euch ja nur sagen, dass es sich echt lohnt. Also falls ihr überlegt, ob sich der Preis lohnt... Und... Dö, dö, dö... Pipapo. Ähm... Muss ich echt sagen, es lohnt sich. Also es macht echt Spaß. Und selbst für mich, wo... Ich habe so richtig aktiv aufgehört, ab... Ähm... Silber zu spielen. Ich habe jetzt noch ein Pokémon Schwarz-Weiß. Das habe ich reingeschaut. Aber, ähm... Das habe ich nie durchgespielt. Ich bin damit nicht klargekommen. Das war nicht so meins. Deswegen, ähm... Ich kenne so viele Pokémon nicht. Ich muss zwar auch noch... Ich bin echt oft im Poké-Wiki und gucke... Oh, was für ein Pokémon ist das jetzt? Weil ich keine Ahnung habe. Aber, ähm... Mal davon abgesehen, es ist echt... Wow. So, jetzt mache ich mal hier eine Wand rein. Ob mich das Wasser stört? Ich bin echt nicht so weit. Ich bin echt, was... ガt. Also, das war ich schon. So, ich bin echt... Danke.